hey ich kann nichts auswählen oder wo ist meine letzte ich sehe nichts hier niemand hier ist niemand oder hier ist das erste ende vom danschen das heißt wir können mal richtig fett abbauen alter so zack zack und mehr eisen und kohle oh alter okay oh mein gott jetzt alter die musik erschreckt mir als die monster denke ich ich hab dich weg alter so kohle 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 noch mehr kohle immer mehr kohle hier ist nichts mehr kohle aber auf den seiten ist viel kohle kohle auf dem boden ist kohle überall kohle 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 k was ist das hier also ich muss sagen so viele motze in dem dann schon habe ich eigentlich bis jetzt noch nie entdeckt kräften wir uns noch mal kurz was wir haben die stabe und wir haben kohle daraus können wir fackeln machen und fackeln sind cool weil dann ist hell und dann habe ich keine angst die 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 da war weiter oder geht es nicht weiter das ist ja die frage ich schätze mal ich wurde da ein bisschen nach links oder eigentlich ist es rechts aber ich kann nicht gut denken da hinten ist eigentlich nur cola und ein bisschen redstone also dass wir das mal so hier unten sieht doch alles gut aus hey anmarsch der grünen creeper auch nicht das licht aus alter noch hat uns noch nicht die lichter aus explodiert oder ausgeblasen oder alter hat das ist doch abnormal so zuerst erkunden dann ab und zuerst erkunden dann ab und so hinter mir was nein ich warne euch hey hallo oh so hier hier haben wir auch noch ein bisschen was aber gehen wir gehen wir zu aus hier weil wir hier sonst vergessen dass wir hier gehen können au so wehgetan ich sehe in dem loch hier gespawnt hier ist mal ein creeper gespawnt deswegen ist dieser stand noch ein bisschen dunkler als die hat der sorgt um mein gott sind da viele gespawnt hey darum geht es auch noch weiter ja so du bist weg ja Nein, mein Holzbrett zu wenig, um die Crafting Table zu machen. Verdammt seist du, mein Egoismus. So. Okay, hier ist das Licht mehr dunkel, das heißt, alles ist cool, Mann. Und hier oben auch noch ein bisschen Kohle. Ach, reißen wir doch gleich die komplette DG ein. Nun waren wir aber, glaube ich, schon mal, oder? Ja, hier waren wir. Oh ja. Okay, und wie kommen wir hier wieder raus? Irgendwie. Wenn ich so ganz, ganz nett fragen darf. Hier ist Eisen, das heißt, hier waren wir zu faul aufzubauen. Oder so. Moment, hier ist so eine Fackel, das heißt, hier irgendwo sind wir runter. Da. Aber hier waren wir auch schon, oder? Doch, hier waren wir schon, okay. Das heißt, hier geht es wieder rauf. So, machen wir lieber mit Tierbauen. Äh, nicht mit, äh, Wertvollen. Ja, 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 erfahrscht mich. So. Okay. Äh, geht's hier? Ja, doch, wir sind hier total runtergefallen, oder was? Vom Bottle werden so. Ah, ja, genau, die Richtung war es auf jeden Fall. Nein, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Ich gehöte da, da, da. Äh, äh. 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 Okay. ich hoffe es hat nicht schneller als ich es hat ja nicht ok ohne rüstung mit meinen knochen in die höhle ja so würde ich es auch immer machen vor allem weil ich jetzt auch ganz genau weiß wo unsere sachen sind also ich glaube nicht dass ich irgendwie jetzt vergessen oder so hoffe ich ja hier waren wir noch gar nicht denke ich also hier waren wir auf jeden fall hier sind wir aufgangen sondern sind wir hier wahrscheinlich hier na hier waren wo oh ja ok so niemand legt sich mit mir an so erst mal war dessen um uns ein bisschen zu regenerieren so da können wir ja machen wir uns moment ich habe gesehen fackeln sind nicht so das sicherste um hier rüber zu kommen so ok erkennt mich ok hier geht es wieder zurück wir haben jetzt schon wieder kein essen machen wir hier ok ok oben schützen an man 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 lass mich auf Ich weiß noch ganz genau, da sei ein einziger Schuss und wir sind tot und eröstern. Okay. Wo bist du? Ganz, 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 ganz vorsichtig. Seht ihr was? Ah, hier. Ah, haha. Ey, das sind zwei. Oh, ja genau. Wisst ihr was, Leute? Äh, ich werde jetzt zurückgehen. Ich werde mir auf dem Weg zurück alles essen abbauen. Also wir jetzt. Und, äh. Ah, hier geht es nicht zurück, okay. Und wir werden wiederkommen, aber mit Rüstung. Ja, genau. Ey. Enter. Ja, ich denke schon, das ist das Beste, oder? Oder. Ah, ja. Wie. Oder doch jetzt nicht. Oder doch. Oder. Ich weiß nicht. Die machen uns so verdammt viel Schaden. Ich will. Na. Übertreiben wir nichts. Wir gehen jetzt lieber, äh, zurück. Bauen viel Essen ab. Ich meine, wer weiß, wie lange noch dieser Dungeon ist. Manchmal glaubt man ein Dungeon ist nur noch so klein und dann ist er noch so riesig. Aber, äh, ja, werden wir noch sehen, Mann. Ja. Auf jeden Fall gehen wir jetzt. Wir haben 23 essen. Und oben haben wir, glaub ich, noch irgendwas mit 10 essen. Und das geht sich bestimmt in der Rüstung aus. Ja. So. Ha. Und vielleicht wäre das im Ofen mies, äh, ein bisschen essen. Ich glaub, das werden wir mit diesen 7 verrotteten Keulen hier nicht bis Folge 100 überleben. Irgendwie. Ich meine, ich hab keine Ahnung, welche Folge gerade ist, weil die Session ist. Ich schätze mal, äh, 98. Äh, äh, falls ich mich jetzt schätzen darf. Ja. So. Ja, hauptsache sagen wir. Aha, wir haben keine Kohle, aber jetzt haben wir Kohle mit. So. Äh. So, forschen kannst du den anderen. Essen, 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 essen. Haben wir, äh. Ah. Okay. Nix, Boot. Ja, ich sag mal Pech. Und, äh. Tja, werden wir wieder mal kurz vor Verhungern, äh, nach Essen suchen. In meiner alten Neidspunkt, was weiß ich, was wählt. Ohne Witz. Ich weiß nicht, zu welcher Version ich angefangen habe. Ich könnte zwar nachschauen, aber ich hab, äh, ich weiß nicht, ich vergesse es immer wieder. Auf jeden Fall weiß ich, dass, äh, äh, es ein halbes Jahr mindestens her ist. Ja, auf jeden Fall. Und ich hab keine Ahnung, welche Version vor einem halben Jahr war. So, was ist das? Äh. Das ist ein kleines Schaf. Okay. Wir kacken uns nicht wieder hier überall hin. Okay, wir haben kein Essen mehr. Ich würd mal sagen, dass ist nicht so schön. Äh. Wahrscheinlich stehlen Endermans, äh, die Bäume oder so. Keine Ahnung, weil ich glaub nicht, dass ich das war. Das denken wir schon jetzt, äh, schon ganz schön oft. So oft ich hier vorbeigerannt bin. So. Alter, gibt's da wirklich kein einziges Ding? Äh. Äh. Einen Moment bitte. So, okay. Ich denk nämlich, das ist ein bisschen zu laut. Ich weiß nicht warum, aber auf jeden Fall ist es jetzt viel, viel, viel leiser. Es tut mir leid, falls es jetzt zu laut ist. Ey, und ich sehe hier hinten sind ein paar Kühe. Hä? Hä? Okay. So machen wir speziell. Dann kommt, äh, ey. Dann kommt doch gebraten... Ey, was? Nochmal. Au. Ja, gebratenes Leder. Sehr schön. Und kommt doch mal was Gutes hier raus. Ja, gebratene Steaks. Yay. Okay. Six gebratene Steaks. Das nenne ich doch mal viel. Okay. Gut. Die Sonne geht unter. Wir sollten schon langsam nach Hause. Und mal gucken, ob unser Essen fertig ist. Perfekt. Ja. Ah. Genau. Wir kommen genau zum richtigen Zeitpunkt hier. Und ich sehe, wir sind eigentlich noch immer, immer, immer ziemlich viel fixiert auf unser altes Haus. Nachdem wir mit diesen Dungeon fertig sind, dann werden wir uns, äh... Ich glaube, dann werden wir so ein bisschen umziehen und das andere hier einrichten ein bisschen unser anderes Haus. Und, äh, wenn das geschafft ist, dann ist Minecraft zu Ende. Dann kommt noch die hundertste Folge. Und dann ist es endlich aus. Ja. So, äh, Rüstung. Wir haben hier, boah, wir haben viel, 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 äh, Eisenbaren. Also, hier können wir dich mal anfackeln. Ein bisschen. Ist auch, äh, gleich ein bisschen heller hier. Und das 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 und das. Äh, 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 und das und das und das. Obwohl, 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 obwohl. Ey, Leute, wie wär's machen wir uns endlich mal einen Bogen. Einen Woogie Woogie Bogen. So, wir haben... Keine Stiggis. Ah, ja, stimmt. Die haben ja vorher alle für diese Fackeln verbraucht. Hat die Enderpearl jetzt eigentlich auch einen Effekt? Ich hab gehört, man kann sich mit der irgendwie teleportieren. Momentan eine teleportation. Hä? Ey. Komm, wir schießen uns jetzt wieder hier rauf. Das schaffen wir, das schaffen wir, das schaffen wir. Ha! Oh Mann, was für eine Mieste Drecks Enderpearl. Ah! Toll. Wir sind jetzt zweimal gegen unser Haus gelaufen. Einmal sind wir ins Meer gefallen und einmal sind wir nochmal ins Meer gefallen. Also, wir haben unsere Enderpearl sehr schön verschwendet. Perfekt. So. Äh. Eigentlich wollte ich ja nur ein Sticky. So. So, wie geht das? Also, das muss mal gerade sein, dass ich klar zum Anspannen und das gehört so, oder? Jetzt haben wir einen Bogen. Jetzt fehlen nur noch die Pfeile dazu. Haben wir Pfeile? Ja, hier sind zwei Pfeile. Ja, hier sind zwei Pfeile, aber zwei ist nicht so viel. Haben wir noch mehr Pfeile? Hier. Hier. 64 Pfeile. Mann, oh Mann. So. Oh ja. Ähm. Dann können wir jetzt noch. Ja, einmal brauchen wir nicht. Einmal brauchen wir wirklich nichts. Wir brauchen gar nicht mehr so viel. Äh. Ähm. So. Äh. Fangen wir wieder an. Bauen wir uns Hosen. zusammen mit Stiefeln. Stiefeln. Ich weiß, dass ich das gerade umgekehrt sage. Versehentlich. Hier ein schönes Helmchen. Mit, äh, einer Brustrüstung. Ja. Genau. So, dann würde ich sagen, machen wir noch so ein Essenschwert. Und, äh, Essen Axt. Das ist ja fast hier alles ein bisschen aus, irgendwie. Und was ist noch aus? Äh, Schaufel ist fast aus. So, sonst Spitzacke ist noch gut. Ja. Okay, den Rest können wir uns aufheben. Ja, gehen wir pennen. Okay, Leute. Ja, ich hab die Wacht. Ich falle euch alle ab. Hahaha. Äh, wer will noch hier hinten? Ja. 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 Ja.